Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch meinen Leatherman vorstellen. Es ist ein Leatherman Freestyle. Ich habe den jetzt seit vier Jahren. Der Leatherman Freestyle hat zwei Funktionen. Einmal das Messer, das sich irritieren lässt. Hier, zack, und dann kann man es wieder einklappen. Es lässt sich auch mit einer Hand ganz leicht öffnen. Und dann hat er als zweite Funktion noch die Zange. Zack, zack. Zange mit Kabelschneider. Und das waren auch schon die beiden Funktionen vom Leatherman. Hier hat noch ein Gürtelclip auf der Rückseite. Und damit hat man eigentlich als Einsteiger Leatherman, beziehungsweise wenn man nicht mehr braucht als Messer und Zange, hat man eigentlich alle wichtigen Funktionen abgedeckt. Wie gesagt, ich habe den Leatherman jetzt seit fünf Jahren, nein, seit vier Jahren und bin sehr zufrieden, auch von der Qualität her. Superteil, gerade wenn man in der linken Hand zum Beispiel irgendwie eine Schachtel hat oder ein Paket oder irgendwas, das man aufmachen möchte. Schnell mit der rechten Hand ein Gürtel, zack, Leatherman und sofort geöffnet. Und da kann man gleich seine Schachtel, seine Schachtel oder was auch immer aufschneiden und hat gleich das Messer parat oder gleich die Zange am Start und braucht man nicht ewig rum umbauen und hat es wirklich gleich da. Es ist ein super Tool, schnell einsatzbereit und kostet nicht so viel. Es ist ein Einsteiger Leatherman. Und ja, wie gesagt, cooles Teil, Qualität super. Bin sehr zufrieden. Der Leatherman Freestyle. Bis zum nächsten Video. Ciao.